Hi und herzlich willkommen bei meinem Monk-Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es darum, warum wir entgegen der üblichen Ansätze vielleicht nicht mehr, sondern weniger tun sollten, wenn wir erfolgreicher und natürlich auch erfüllter sein wollen. Die Folge könnte was für dich sein, wenn du das Gefühl hast, überfordert zu sein von all den tausend Dingen und Aufgaben in deinem Kopf oder von deiner To-Do-Liste und denkst, dass du trotzdem noch viel mehr machen müsstest. Viel mehr unter einen Hut kriegen müsstest, obwohl du jetzt schon kaum noch weißt, wo oben und wo unten ist. Anmerkung, da wo der Hut ist, ist meistens oben. Jedenfalls passend zum Thema ist das eine recht kurze Folge, weil natürlich auch ich mal weniger tun will. Dann habe ich nämlich endlich mal Zeit, die ganzen Episoden von meinen Lieblingsnachmittags-Scripted-Reality-Shows Berlin Tag und Nacht zu schauen, die ich auf VHS aufgenommen habe. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt inzwischen wirklich schon jeder mit jedem es getrieben hat und natürlich auch jedes Mal dabei erwischt wurde. Oh, das kann ich aber jetzt nicht glauben, ey, hier in unserem Bett oder was, das geht ja gar nicht. Oder ob zumindest einige von ihnen bisher immer noch nur gegenseitige orale Vergnüglichkeiten hatten. Ja, es ist eine kurze Folge, aber stell dir eine Übung vor, die dich vielleicht für längere Zeit begleiten kann, als so ein kleiner Diener, der dir immer dann so ein kleines Glas Klarheit servieren kann, wenn du erschlagen bist von all dem, was es angeblich zu tun gibt. Okay, dann steigen wir jetzt mal voll ein. Wenn ich über meine Ziele nachdenke und den Wunsch oder den Drang habe, irgendwas erreichen zu wollen, mehr erreichen zu wollen und mithalten zu können, dann frage ich mich meistens, was soll ich tun? Soll ich jetzt neben Blog und Podcast auch noch Lesungen auf die Beine stellen und in allen Bibliotheken Deutschlands live auftreten, weil das doch alle oder zumindest viele erfolgreiche Leute in diesem Bereich machen, Lesungen? Soll ich mehr Obst und Gemüse essen, damit ich noch mehr Energie habe? Und wenn ja, wie kriege ich das in mich rein? Wenn du an dein Ziel denkst, das du hast, geht es dir vielleicht ähnlich. Du hast Bilder im Kopf von all den Dingen, die du tun müsstest. Viele, viele Dinge vermutlich. Und die meisten Ziele, die wir uns setzen, fügen etwas hinzu, stopfen noch mehr in unsere Listen und in unsere Tage. Dabei wird es vielen von uns schon massiv helfen, weniger von den Dingen zu tun, die uns schaden. Mein Körper würde es mir vielleicht schon sehr danken, wenn ich einfach weniger Portion Pommes esse, also einfach was weglassen würde. Da braucht es nicht unbedingt sofort so einen Ex-Olympiasieger Personal Fitness Coach, der mich rund um die Uhr anschreit. Wobei ich das Thema ja jetzt wirklich schon ein bisschen besser im Griff habe mit meiner Gesundheit. Dank Fitnessstudio und dank der Lust auf gesunde Ernährung, die sich irgendwie daraus ergeben hat, obwohl ich mir das explizit vorgenommen hatte, nicht auch noch an meine Ernährung zu schrauben. Naja, anderes Beispiel. Viele Menschen müssten für finanzielle Freiheit vielleicht gar kein gigantisches Business aufbauen, sondern einfach weniger kaufen, vor allem weniger auf Raten. Obwohl die gestachen, scharfen Nasenhaare, die man auf so einem 4K-Fernseher sieht, von den Darstellern von Berlin Tag und Nacht schon sehr beeindruckend sind. Oder das Liebesleben von einigen von uns wäre vielleicht schon 20 Mal so schön, wenn einfach die Affären ausblieben. Und wenn die Affären viel schöner sind als die eigentliche Beziehung, wäre das Leben vielleicht leichter ohne die Beziehung. Oder vielleicht brauchen wir gar nicht x neue Freunde, sondern müssen ein paar schlechte Freunde weniger haben, müssen ein paar aussortieren, sodass uns mehr Zeit für die bleibt, die unser Leben wirklich bereichern, die uns wirklich mögen, mit denen wir uns wirklich verstehen. Und vor allem, vielleicht müssen wir gar nicht noch mehr tun, noch mehr Ziele und Meilensteine definieren, und auf noch mehr Hochzeiten tanzen, sondern genau das Gegenteil davon anstreben. Also, allein auf manches zu verzichten, könnte uns schon viel erfolgreicher, erfüllter, glücklicher machen usw., ohne dass wir mehr tun müssen. Die bessere Frage als, was soll ich tun, ist deshalb oft, was kann ich weglassen? Was, wenn das Problem gar nicht ist, dass wir zu wenig tun, sondern zu viel vom Falschen, dass wir zu oft Ja sagen und zu wenig Nein, dass wir uns zu viele Ziele setzen und es uns eigentlich mit weniger Zielen deutlich besser gehen würde, ohne dass wir erst irgendwo ankommen müssten. In weiter Ferne vermutlich. Was kann ich weglassen? Ist also eine sehr gute Frage. Und es geht noch ein bisschen strukturierter und klarer als nur mit dieser Frage. Es gibt da so einen makabren Scherz, wo ein Mann zum Arzt geht und der Arzt sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute, Sie haben noch einen Tag zu leben. Die schlechte, ich habe gestern vergessen, Ihnen Bescheid zu sagen. Ich will jetzt gar nicht mit der großen Karpetier im Nutze den Tag, mein Gott, bald wirst du tot sein, Keule kommen. Aber so ganz leugnen lässt sich das nicht. Unser Leben kann schneller vorbei sein, als wir denken. Und es ist gerade auch deshalb so kostbar, weil es so endlich ist. Und deswegen möchte ich es auch eigentlich gern so behandeln, als endlich und kostbar. Und ich will lernen, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und wie Gandhi gesagt hat, das Wichtigste im Leben ist nicht, ständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Und das bringt uns direkt zum Thema Prioritäten setzen und zu einer kleinen Übung, die sehr wirkungsvoll sein kann. Sie kommt von dem legendären Investor und Multimilliardär Warren Buffett. Ob das gut ist, dass ein einzelner Mensch mehr Kohle hat als ein ganzer Staat, ist natürlich eine andere Frage. Wobei das sehr vom Staat abhängt und Warren Buffett auch zusammen mit Bill Gates The Giving Pledge initiiert hat. Eine Kampagne, die besonders reiche Leute dazu aufruft, mindestens der Hälfte ihres Vermögens noch während ihrer Lebzeiten für gute Zwecke zu spenden. Buffett selbst macht das auch immer wieder vor und lebt immer noch in seiner ursprünglich für 70.000 Dollar gekauften Bude in Omaha. Jedenfalls eines Tages kam ein Mann namens Mike Flint auf Buffett zu, der ist später sein persönlicher Pilot. und der von vier US-Präsidenten wurde und hat gesagt, Herr Buffett, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung mit meiner Karriere, haben Sie einen Rat für mich? Und Herr Buffett hatte einen Rat. Er hat den Piloten in eine Technik eingeweiht, die ihm selbst schon seit Jahrzehnten gut gedient hat. Und die Technik geht so. Schritt eins, nimm einen Zettel und schreib deine wichtigsten 25 Ziele auf. Das können deine Ziele für die nächsten 20 Jahre sein oder auch für diese Woche. Schritt zwei, kreise deine wichtigsten 5 Ziele auf diesem Zettel ein. So, und jetzt hast du praktisch zwei Listen. Liste A mit den fünf umkreisten, wichtigsten Zielen und Liste B mit den restlichen, nicht umkreisten Zielen. Okay, habe ich, Herr Buffett, hat dann der Pilot gesagt. Schön, jetzt fange ich an und arbeite erst mal an der Liste A mit den fünf Zielen. Und was machst du mit den Zielen, die du nicht umkreist hast? Hat dann Herr Buffett gefragt. Und der Pilot, die anderen 20 sind auch wichtig, die kommen dicht hinter den anderen und ich werde mich um die auch auf jeden Fall so gut kümmern, so gut ich kann. Und da hat Herr Buffett gesagt, nein, du hast es nicht richtig verstanden. Alles, was du nicht umkreist hast, ist deine auf jeden Fall vermeiden Liste. Egal was passiert, diese Dinge bekommen keinerlei Aufmerksamkeit von dir, bis du nicht deine Top 5 Ziele erreicht oder deine Top 5 Aufgaben erledigt hast. Also, Prioritäten setzen heißt nicht, eine ewig lange Liste zu haben, nur, dass sie dann halt so ein bisschen geordnet ist, sondern es könnte vielmehr heißen, uns auf wirklich eine Handvoll Dinge zu konzentrieren und den Rest entschlossen zu ignorieren. Interessant, ein Zettel gegen die Verzettelung und gegen den Druck, immer mehr tun zu müssen oder zu wollen und uns dabei nur sinnlos zu verausgaben, weil wir an keiner Stelle wirklich genug Hebel und genug Momentum bekommen, damit sich echt was bewegt. Weglassen statt hinzufügen also. Und dafür mehr Zeit und gebündelte Energie zu haben für die ganz wichtigen Dinge, die uns wirklich was bedeuten. Mich lässt es zum Beispiel hinterfragen, ob ich jetzt wirklich mitziehen muss und auch fünfmal am Tag eine Instagram-Story aus meinem stets fesselnden und Hollywood-reifenden Leben raushauen zu müssen. Oder vielleicht heißt es auch gerade das, aber dann muss ich eben auf was anderes verzichten in Zukunft. Außerdem lässt es mich hinterfragen, ob ich nicht lieber mit dem Podcast aufhören sollte, um mich ganz auf meine zukünftigen Lesungen in sächsischen Altersheimen konzentrieren zu können. Was könnte es für dich heißen? Was könntest du weglassen? Welcher Druck würde von dir abfallen? Welche Überlastung und Überforderung? Und was würde dann wohl passieren, wenn du dich auf die auf einmal auf die richtig wenigen, richtig wichtigen, entscheidenden Dinge konzentrieren würdest? Vielleicht hast du ja Lust, diese Zwei-Listen-Technik auszuprobieren. Das lohnt sich wirklich. Das kann man, die kann man echt was mitnehmen für sich. Am besten heute und am allerbesten jetzt gleich, sofern du nicht am Lenkrad sitzt oder Maschinen bedienst, wie es als Warnung bei Hypnose-CDs früher immer hieß. Und wo ich mich immer gefragt habe, ob wirklich irgendein Kranführer oder Kampfpilot sagt, ach, danke für die Warnung, wollte gerade eine Hypnose-CD erhören während des Einsatzes, aber mache ich dann doch lieber später. Von mir war es das jedenfalls für heute. Ich hoffe, dass es der MyMonk-Podcast bald wieder auf deine Liste schafft und ich würde mich immer riesig freuen, wenn du mir eine ehrliche Bewertung bei iTunes hinterlässt oder mir schreibst, zum Beispiel bei Instagram, einfach mal nach MyMonk dort suchen oder wenn du jemandem im Podcast einer einzigen Person empfiehlst, dem auch gefallen könnte. Hab vielen Dank fürs Zuhören, schöne Zeit dir und bis bald vielleicht. Ciao. Ciao. Ciao.